Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute Pink. And what about us? Heißt, was ist mit uns? Und wurde Klasse übersetzt von der Klasse 8b der Karl von Klausewitz Sekundarschule in Burg im Jerichoer Land. Und die Geschichte erzählen euch Fabian und Lavi. Wir sind Scheinwerfer. Wir können in der Dunkelheit sehen. Wir sind Raketen, gerichtet auf die Sterne. Und wir sind Milliarden von wunderschönen Herzen. Du hast uns den Bach runtergehen lassen. Pink ist sauer und enttäuscht über die großen Politiker und Machthaber dieser Welt. Wir sind Probleme, die gelöst werden wollen. Wir sind Kinder, die geliebt werden müssen. Wir waren bereit. Wir sind gekommen, als du gerufen hast. Mann, du hast uns verarscht. Genug ist genug. Es ist höchste Zeit, dass sich in der Welt was ändert. Mein Pink. Stöcker und Steine können diese Knochen brechen. Ich werde bereit sein. Bist du bereit? Es ist unser Anfang. Wir erwachen. Komm schon. Bist du bereit? Ich werde bereit sein. Ich will nicht die Kontrolle. Ich will loslassen. Bist du bereit? Ich werde bereit sein. Weil jetzt ist es Zeit, sie wissen zu lassen, dass wir bereit sind. Was ist mit uns? Klingt so, als würde Pink eine Revolution ausrufen wollen. Die Menschen sollen den Politikern zeigen, dass sie nicht bereit sind, alles einfach hinzunehmen. Und dass sich was ändern muss, damit es mehr Gerechtigkeit gibt. Denn die, die gewählt worden sind, machen nicht das, was sie uns versprochen haben. Was ist mit uns? Was ist mit all den Antworten, die du uns geben wolltest? Also, was ist mit uns? Was ist mit all den kaputten Happy Ends? Was ist mit uns? Was ist mit all den Plänen, die in einer Katastrophe geendet haben? Was ist mit der Liebe? Was ist mit Vertrauen? Was ist mit uns? Ein Song, der echt zum Nachdenken anregt. What about us? Klasse übersetzt von der Klasse 8b der Karl von Klausewitz Sekundarschule im Burg im Jerichoer Land. Könnt ihr euch jederzeit nochmal in der SAW-Mediathek im Internet anhören. Ein paar Termine habe ich noch vor Weihnachten frei. Also ab ins Netz auf radio-srw.de und bewerbt euch für Klasse übersetzt mit mir. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf radio-srw.